Witterpol als Witter Breipol, 4. April 2011 in Hamburg, war eine deutsche Schauspielerin. Neben ihrer Bühnenkarriere trat sie ab Mitte der 1960er Jahre in über 90 Filmen und Fernsehrollen in Erscheinung. Nachhaltige Bekanntheit brachte ihr die Rolle der Mutter Vera in der Fernsehserie Diese Drombuschs ein. Leben die Tochter des Gynäkologen Wilhelm Breipol und dessen Ehefrau Marie-Louise wuchs ab 1941 mit fünf Geschwistern in Bielefeld auf. Der Vater war zuletzt an der Universitätsfrauenklinik Berlin beschäftigt und wurde in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von sowjetischen Soldaten erschossen. Die Familie lebte daraufhin in ärmlichen Verhältnissen in Westfalen. Pohl ließ sich als Kosmetikerin ausbilden. Schauspielunterricht nahm sie bei Herma Klement in Berlin. Ein erstes Theaterengagement führte Witterpol 1957 ans Staatstheater in Kassel, wo sie die Titelrolle in Francis Guttrichs und Albert Hacketz das Tagebuch der Anne Frank übernahm. Weitere Engagements führten sie unter anderem an die Münchner Kammerspiele, die Braunschweiger und Darmstädter Bühnen sowie an das Schauspielhaus Zürich. 1960 erhielt sie anlässlich ihrer Darstellung der Hermia in der Shakespeare-Komödie ein Sommernachtstraum bei den Bad Hersfelder Festspielen den Jungschauspielerinnenpreis der Stadt. Von 1965 bis 1973 gehörte Pohl dem Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg an. Danach war sie unter anderem am Ernst-Deutsch-Theater, den Hamburger Kammerspielen und erneut bei den Bad Hersfelder Festspielen zu sehen. Ihr Fernsehdebüt gab sie 1960 in das Floß der Medusa und wirkte seitdem in über 40 Fernsehproduktionen mit. Bundesweit bekannt wurde sie 1983 in der Rolle der Resoluten Vera Drombusch in Robert Strombergers Familienserie Diese Drombuschs, die überaus erfolgreich bis 1994 fortgesetzt wurde. In der Krimi-Reihe Schwarz-Rot-Gold spielte sie in vier Folgen die Ehefrau des Zollfahnders Zaluskowski. Außerdem übernahm sie Gastrollen in der Alte, Tatort und weiteren Fernsehserien. Witta Pohl war in erster Ehe mit Karl Maldeck verheiratet. Aus der zweiten Ehe mit dem Schauspieler Charles Brauer, die von 1966 bis 1976 dauerte, gingen Zwillinge hervor. Mit Brauer stand sie 1966 in dem Fernsehfilm Geibelstraße 27 auch gemeinsam vor der Kamera. Danach war sie mit dem Zahnarzt Eckehard Franz verheiratet. In den 1980er Jahren übernahm die Schauspielerin Patenschaften für Kinder in Sri Lanka, auf den Malediven, in Uganda und in Polen. Für kranke Kinder Kinder organisierte sie Aufenthalte in Kliniken und Operationen. 1991 gründete sie den Hamburger Verein Kinderluftbrücke e. V., der sich um Sozialweisen kümmerte. Im selben Jahr wurde sie UNESCO-Ehrenbotschafterin des Tschernobyl-Hilfsprogramms. Von dem Verein Kinderlachen wurde sie später mit dem »Kind Award« ausgezeichnet. Witta Pohl lebte privat in der Brabantstraße in Hamburg als der Dorf. Das Wohnhaus wurde mittlerweile abgerissen. Der von ihr gegründete Verein Kinderluftbrücke hatte ebenfalls in der Straße seinen Hauptsitz. Nach einem Zusammenbruch im Februar 2011 wurde bei Witta Pohl Leukämie diagnostiziert. Die Schauspielerin befand sich seitdem im Universitätsklinikum Hamburg-Keppendorf in Behandlung. Am 4. April 2011 starb sie an den Folgen der Krankheit. Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg. Auszeichnungen 1960, Nachwuchspreis als beste Jungschauspielerin der Bad Hersfelder Festspiele 1970, Inselpreis der Freien und Hansestadt Hamburg 1985. Dritter Platz der Leserwahl für die Goldene Kamera als beliebtestes Serienpaar zusammen mit Hans-Peter Korf in diese Drombuschs 1987. Goldene Kamera für diese Drombuschs 1991. Ernennung als Ehrenbotschafterin der UNESCO für das Tschernobyl-Hilfsprogramm 1993. Goldene Kamera für ihren beispielhaften Einsatz für Kinder in Not 1995. Portugaleser – Bürger danken vom Zentralausschuss Hamburgischer Bürgervereine für uneigennützigen, persönlichen Einsatz für notleidende Menschen. Insbesondere für Kinder in vielen Ländern 2005. Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland, für ihre Hilfsaktionen für Menschen in Osteuropa, Afrika und Sri Lanka. Sagteib来了 richtiger Jahr 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 iks Mer Sch